Ja, jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Hey, hey, yo. Schönen guten Tag. Servus, moin, hallo. Schön, dass ihr es wieder hierher gefütten habt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3. Ihr seid geladen auf dem Emulator, deswegen auch in dieser Bombenqualität. Wir sind schon, wie ihr hier drüben sehen könnt, in Welt 5 beim Toad und den würde ich sogar mal benutzen, weil wir sind klein, haben recht, kein Item. Ich glaube, da lohnt sich das auch mal, so einen Toad zu besuchen. Braba! Hast du was Schönes für uns? Braba! Vielen Dank, Toad. Der freundlich von dem. Oh, das nächste Level sieht toll aus. Ich sehe Riesen-Goombas und ich sehe den Propeller-Head. Let's go. Oh, danach haben wir uns erst ein schwarzes Castle, wo wir eine bestimmte Anzahl an Star-Calls bauen. Bis jetzt sollten wir eigentlich alle gesammelt haben, weil ich so gut bin. Oh, was mich da voll erschrocken ist, ja. Ich bin ein Propeller-Pilz, genau. Propeller-Head. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier vorne schon was sein könnte? Oh, das ist das. Das sind unten diese Windräder. Ey, das ist so mies, wenn ihr da sterbt. Ihr fallt nicht ins Wasser. Richtig nicht. Kein Scherz, ihr sterbt einfach. Ich hatte immer die Hoffnung, vielleicht landet Mario im Wasser und ich kann dann wieder versuchen, hoch zu fliegen. Aber irgendwie haben das die Entwickler vergessen, einzugreifen. Oh, ein One-Up. Wie cool. Guck, das cool. So kann ich mal die Monster weggehen vom Aufnahmestart beenden. Und das könnte lustiges Dark-Convert. Habe ich was gesagt? Und das war noch die erste. Ja, hier hätte ich jetzt. Hier wird jetzt ein bisschen mit der Kamera herumgespielt. Ich sehe da hinten das Ziel. Oh. Oh, vielleicht, vielleicht Toadie. Toad? Ja, was ist wahr, wahr? Fällt es jetzt da nicht runter. Toad. 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 Wetten, der macht jetzt so ein MLG. Der hat es geschafft! Toad ist krank. Krass. Okay, jetzt sollte sich auch bald mal die zweite Star-Con blicken lassen. Die Gedenke, Nintendo das zu machen, so wie es aussieht, so sieht schwerer aus, als es ist. Und vor allem mit ein bisschen Konzentration geht das schon. Oh, der gibt uns sogar einen Flyer, den wir hier brauchen könnten. Ja, klar. Die spannen doch schon. Hier war der Toad. Nein, 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 nein. Das ist schief, das ist schief, das ist schief. Gib doch. Ja Ahhhh hehhh hee 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 heehe hee 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 heep mir fällt grad was auf das ist gar nicht mehr so gut skaliert hier wartet mal wartet mal hat was ausm Kana kee rausk ferr whaaaaat sowas muss das wenn dann Nein, wir sind wieder hier Und die übertrieben Schwer ist da Also mit übertrieben Schwer meine ich eigentlich Unnötig einprogrammiert Weil sie zu einfach ist Zack Hier den ersten Bouncen Und Mit einer fett damn Explosion Jetzt wieder spammen Los Dreh und drücken Los Was ist, wenn es hier noch gut geht Weil der noch gut auf der Also ich sehe die Starcoin Ich sehe sie Ob ich sie kriege ist was anderes Aber das ist ein Das ist ein bisschen mehr Los nicht an mir Los nicht an mir Mario du fällst Ziemlich weit runter Schaff das Bitte schaff das Oh Flieg 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 jetzt hier Bitte 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 Me egal ob du jetzt zum Schluss noch getroffen wirst Pam Und da sind wir im Ziel Sehr schön Ich kann diese Spielstunden lang spielen Gut Wir haben jetzt schon 20 Uhr Angefangen habe ich aufzunehmen Um 15 Uhr oder so Wobei Dazwischen gab es eine Einkaufspause Wir mussten Wolwigwasser kaufen Ja Wir werden 50 von einem verlangt Apropos Wolwigwasser Gönnen wir uns das doch mal Falls ihr Wolwig zu Hause habt Trinkt das Ist gesund Ich will dafür bezahlt werden Für Wassermärmung zu machen Ich habe dich weggeschickt Okay das sieht schon mal etwas spannender aus Als beim letzten Mal Vor allen Dingen das hier Und letztlich müssen wir noch alle 3 Star Coins finden Ich finde das ist ein sehr einfaches Spiel Und gut wo die Wo eine Star Coins ist Kann man sich ja denken Ja das ist so Die Star Coins ist halt so offensichtlich Wie die Oh die ist mies Die ist mies Aber die geht auch Die geht auch Doch die geht auch Ja die war easy Okay Okay Jetzt mal erstmal durchgucken Oh Es sind zwei Tones Bowser Wie konntest du nur Äh aber hier muss was sein Ich will jetzt nicht um sonst drauf hüpfen Niemals Es ging nur um Coins Ich hatte dieses Spiel Ich hatte sie aber ich bin am nächsten Mal Nein ich kann nicht mehr fliegen Das wird so unmöglich Ja aber wie willst du das denn schaffen Ohne Tanuki Also jetzt mal ganz im ernst Ich liebe Items in Boxen Boah was wo ist die letzte Star Coins hat nicht die zweite Kamp Okay Also so wie es aussieht können wir hier nicht skippen Aber allzu schwer ist das für mich jetzt bei uns aus Doch Mir fehlt noch ein Star Coins Oh stimmt sie könnte auch so ne Was Außer ich bin da Außer Ja hallo Ja ich bin weg Tschüss Wir müssen das leben Wir haben alle drei Wo war die letzte Oder war das War das die letzte die wir gerade gemacht haben mit diesem runter und dann wieder hoch Kamek Wenn das die letzte war Zufrieden Sehr schön Alle drei Star Coins Wir sind zwar klein aber Es ist okay Zwei Toads gerettet Es gibt Wenn du drei hintereinander machst Mach den Nix Okay Wo ist das zum Beispiel nicht Wenn man drei Longjumps hintereinander macht macht der einen speziellen Longjump Wie ein Dreitump So als Achievement mäßig Ja komm Epischer Bosskampf Wie das war nicht der Bosskampf Es wird noch schwerer Wenn ihr bei den Spielprobleme haben solltet ich kann es voll und ganz verstehen Ich habe jetzt schon seitdem ich vier Jahre alt bin Nintendo Mario Erfahrungen und da lernt man das schon Ihr wollt wissen wie alt ich bin Wartet auf meinen zwölf Stunden Geburtstagssprüfung Ich hoffe der kommt noch vor dem Video Wir sehen uns beim nächsten Mal an Das war es mit dem Video Ich hoffe euch hat es gefallen Wenn ja lasst gerne ein Like da Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann und Ciao Leute Bis dann